Wir sind jetzt hier in Dunkelhafen. Wir sollen hier einmal bespitzeln. Okay, ich glaube wir müssen hier runter. Da drüben. Einmal Tür aufmachen. Die Entfernung des Meisters ändert nichts. Sagt Lady Quixara, dass ich noch befehle. Und... Meine Kutsche ist oben. Beenden wir diese Diskussion unterwegs. Okay, schnell hoch. Oder was? Reist als blinder Passagier in der Kutsch des Zehntherrn mit. Mhm. Ach, die setzen... Warum setzen die sich denn nicht rein? Jetzt, da wir vor Lauschern sicher sind... Ihr könnt Lady Quixara versichern, dass unser Plan unverändert ist. Vielleicht können wir sogar die Rate ihrer Anima-Versorgung erhöhen. Das würde den Ärztlich wirklich freuen. Ja, natürlich. Sagt eurer Herrin, dass ich noch die Befehle gebe. Alles wird vonstatten gehen, wenn sie sich an ihrem Teil hält. Der Ärztlich wird ihr Scheitern nicht zulassen. Schön, dass wir einer Meinung sind. Was ist das? Gespaltener Weltenfresser? Hier ist... Da unten ist ein Schatz. Komm ich hier wieder... Ja, da komme ich wieder hoch. Ich will kurz mal was gucken. Wahrscheinlich... Okay. Cool. Ich habe gedacht, der kommt jetzt irgendwie raus. So, was machen wir jetzt? Geld hat es im Sonnenkönig. Beenden. Zerstörung von Todesend. Vernichtet das Maltraxische Lager in Todesende. Strategische Liquidierung. Tötet Gräberriesen in Todesende. Ich habe alles nur für die Sindorei getan. Ihr müsst mich nicht fesseln. Ich würde mir die Chance, einen Licht zu vernichten, nie entgehen lassen. Robustes Hufeisen. Schützt die Hufe von pferdeindischen Kreaturen. Schützt Spielercharakter in der Nähe vor den negativen Effekten von Endmorast. So, hier müssen wir jetzt wieder 100% erreichen. Wir werden den Welt des Erzugs ausführen. 5% pro Kill. Okay, wenn ich dieses Ding hier kaputt mache. 3% Ja. Kostenlose Prozente. Wir werden den Willen des Erzlichs ausführen. Kommen die hier drüben jetzt auch hierher? Ne. Aber die holen wir uns. 21% Der bringt 2%. Okay. Machen wir die hier drinnen auch platt. Wir werden den Willen des Erzlichs ausführen. Das ist eigentlich Blödsinn, was wir hier machen. Wir müssen, wir müssen eh hier hoch. Was ist das? Nekrotischer Stab. Äh, fügt ich dann in der... Uuuuh. Alter Schwede. Das Ding ist geil. Unser Meister duldet kein Versagen. Wie viel hat der? 766.000. Klar. Ist doch kein Problem, so einen zu killen. Wir werden den Willen des Erzlichs ausführen. Da braucht sie ja eine... ...komplette Gruppe für. Komm mal mit. Kälthas. So, Ding hier. Sollen wir jetzt auch killen. Oh, Leute. Knochen, Leute, Nerven. Echt jetzt? Heftor getötet. Ihr bleibt mal schön da drüben, Leute. Alter, haben die so noch alle. Ich kille erst mal den hier. Nein, Leute, Leute, Leute. Oh, Leute. Nein. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wollte ich mich verarschen? Strategische Liquidierung. Ich will zu meinem Körper fliegen. Ich will zu meinem Körper fliegen. Ei, 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 ei. Leute, Leute, Leute. Ganz ehrlich, das ist doch nicht mehr normal. Vor allem mit der schönen Patrouille hier die ganze Zeit. Oh, Mann. So. Ihr müsst mich nicht fesseln. Ich würde mir die Chance, einen Licht zu vernichten, nie entgehen lassen. Knochen, Leute, Nerven. Kannst du mal auf Keltast bitte gehen? Da unten ist auch Patrouille. Alter. Ja, gehen wir auf den. Ich stelle mich mal hin und gucke mal zu kurz. Ja, das soll er mal schön machen. So, hat er jetzt genug Agro? Ja, scheinbar schon. Ja, ich stelle mich mal hin und gucke mal hin. Also, ich sag mal, jetzt wo Keltast den Tank, geht's. Es geht. Ist nicht gut, aber geht. Gut, dann gehen wir. Hat er auch nur 5% gebracht? Ich weiß nicht, wie viel Prozent wir eben noch hatten. So, du musst sterben. Wir werden den Willen des Ärztlichs ausführen. Da ist der Ärztlich. Ihr könnt seine Macht nicht verstehen. Der versteht seine Macht selbst nicht. Komm du mal her. So, hier. Da machen wir da. Ich warte wieder erstmal. Ich werde was trinken. So. Er hat 10.000 hat er jetzt verloren. Da kann ich ja mal so langsam anfangen, Schaden zu machen. So, 70% haben wir. Wir müssen aufpassen, wie viel Prozent er jetzt abzieht. Auch nur 5%. Das ist doch eigentlich blöd, sind diese Werte. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 3 normale Mobs und den letzten von den Idioten da. Ich stelle mich hier drüben. Ey, hallo, da drüben. Ich kill den mal in der Zwischenzeit. Mach auf den da drüben Schaden. Auf den dicken da. Auf den dicken da. So, die gehen direkt wieder zurück. Okay. Das ist sehr gut. Ich will wieder unter meinen Schirm. Bitte was? Okay. Die ist fertig. Dann können wir noch den. Dann haben wir das andere. Dann sind wir wieder auf, fertig. Schön wieder zurück. Okay. Ich denke, ich habe Zeit zu beenden, beenden und die Quest nehmen wir morgen an. Es geht um, wie gut ist das Ding. Ich habe Zeit. Keinein. Und ich glaube, das ist das Ding. Und ich glaube, wo ist das Ding. Und ich glaube, da habe ich nicht.